Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden uns in diesem Video mit Nachtodkontakten beschäftigen. Denn dieses Video reiht sich ein in die Sendereihe Nichtlokales Bewusstsein. Die neue Episode heißt also Nachtodkontakte. Was verstehen wir unter Nachtodkontakten? Als Nachtodkontakt wird eine Erscheinung bzw. das bemerkbar machen, eines Verstorbenen bei seinen Angehörigen bezeichnet. Wenn also ein Verstorbener sich meldet bei seinen Angehörigen, um sich zu verabschieden bzw. um irgendeine Nachricht zu überbringen oder auch in vielen Fällen, um andere zu retten, dann ist das ein sehr bemerkenswertes und sehr prägendes Phänomen. Ein Erlebnis, das den Menschen zutiefst prägt und das die Menschen glücklich macht. Es gibt selten ein so wunderschönes Erlebnis wie einen Nachtodkontakt. Glaubt mir, ich habe es selbst erlebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Was hat man? Weil es sind ja auch viele Umfragen und Studien dazu durchgeführt worden. Sehr viele ernstzunehmende Studien gibt es da. Ich möchte die zum Beispiel von Evelyn Elsässer zitieren. Eine oft zitierte Thanatologin, die in ihrem Buch über Nachtodkontakte auch Pim van Lommel zu Wort kommen lässt. Pim van Lommel hat nämlich ihr Vorwort übernommen. Ein sehr renommiertes Buch also. Und da gibt es also nicht nur in ihrer Studie, sondern auch in anderen Studien folgende Ergebnisse. Nachtodkontakte werden meist, in den allermeisten Fällen, als sehr, sehr angenehmes und wundervolles Erlebnis eben bezeichnet oder empfunden erlebt. Es gibt sowohl Seewahrnehmungen, visuelle Wahrnehmungen, also Erscheinungen. Es gibt aber auch audiovisuelle Wahrnehmungen, quasi dass man die Stimme des Verstorbenen hört. Es gibt Tastwahrnehmungen, dass der Verstorbene jemanden berührt. Es gibt Geruchswahrnehmungen, dass eben der Geruch, ein intensiver Geruch, den der Verstorbene sich zu eigen hatte, als er noch lebte und noch auf dieser materiellen Welt war, den er eben eigens hatte und der für ihn mehr oder minder typisch war, beispielsweise ein Parfum oder ein Liliengeruch oder irgendein Duft von anderen Blumen oder irgendein Geruch, der meistens von ihm ausgegangen war oder den er selbst geliebt hatte. Das versteht man unter Geruchwahrnehmungen. Und es gibt eben auch Visionen. Es gibt Visionen und es gibt auch diese ganz besonderen Fälle von empathischen Todeserlebnissen. Also quasi von Erlebnissen, bei denen das Sterben eines Menschen miterlebt wird. Da gibt es beim Buch, ich kann das Buch von Bernard Jacobi, Begegnungen mit dem Jenseits zum Phänomen der Nachtodkontakte, nur herzlichst empfehlen. Es ist ein wunderschönes Buch und es ist ein sehr interessantes Buch. Da geht es um das Phänomen der Nachtodkontakte also und da stellt er eben fest, dass Menschen, die gerade bei einem Verstorbenen sind, auch des Körpers, aus ihrem Körper entrückt werden und dann mit ihm in den Tunnel gehen, aber dann selbst nicht in den Tunnel dürfen, sondern wieder zurückgeschickt werden. Also eine Nahtoderfahrung wird miterlebt mit dem Verstorbenen. Also quasi die Verstorbenen, wieder eine weitere Bestätigung dafür, dass die Verstorbenen genau das erleben, was die klinisch Toten und die Nahtoten eben erleben, weil es echte Todeserlebnisse, wie gesagt, sind. Und dann gibt es auch die besonders krassen Fälle, wenn man zum Beispiel zu Hause ist oder auch schläft zu Hause und plötzlich hat man außerkörperliche Erlebnisse und sieht dann den Tunnel, in den der Verstorbene reingeht und dann stellt sich später heraus nach dem Erlebnis, dass eben der Verstorbene in dieser Zeit gestorben ist oder dass eben der gesehene Verwandte oder Freund in dieser Zeit gestorben ist. Oder dann gibt es dieses Phänomen, dass man eine außerkörperliche Erfahrung hat und obwohl man gerade zu Hause ist, plötzlich im Krankenhaus ist und sieht, wie er stirbt und wer in der Nähe ist und dann bestätigt sich das nach diesem Erlebnis alles, dass er gestorben ist, dass das, was er gesehen hat, real war und in diesem Moment geschah und dass die Personen, die er dort gesehen hat, tatsächlich bei dem Verstorbenen waren, als er gestorben ist. Und solche Phänomene sind natürlich sehr, sehr beeindruckend. Und was man auch festgestellt hat in den Studien, das geht immer wieder hervor, sowohl von der Society for Psychical Research in Großbritannien als auch bei deutschen, niederländischen, französischen, belgischen, was auch immer, Forschern, auch kontinentübergreifend. Da stellt sich immer wieder heraus, dass es bei diesen Nachtodkontakten nicht darauf ankommt, ob ein Mensch besonders trauert um den Verstorbenen. Denn es gibt folgende Phänomene. Es gibt das Phänomen des Anmeldens. Also, dass ein Verstorbener noch ein Zeichen gibt, beziehungsweise, dass es irgendwo klopft und dann stellt sich heraus, dass in diesem Moment, wo da geklopft wurde, jemand gestorben ist, den man kannte oder der einem sehr wichtig war oder der ein Familienmitglied war oder so. Und dann gibt es die Phänomene, dass der Verstorbene, obwohl er gerade nicht in der Nähe ist, plötzlich zu einem kommt, wenn man zum Beispiel zu Hause ist und dann steht der Verstorbene plötzlich in der Stube oder kommt plötzlich ganz normal in die Stube und verabschiedet sich bei jemandem und dann eben gibt es dann kurz darauf die Todesnachricht, dass das bestätigt, dass in diesem Moment, wo sich der Bekannte oder der Verwandte oder das Familienmitglied sich gerade verabschiedet hat, dass in genau diesem Moment er gestorben ist. Das gibt es. Und da kann man dann nicht mehr von Halluzinationen sprechen. Es gibt natürlich auch die Phänomene, die Trauernde während der Trauer erleben, dass dann die Verstorbenen eben helfen oder erscheinen und sie dann trösten. Aber das ist eben bei weitem nicht bei allen so, weshalb man daraus wieder Schlussfolgern kann, dass es nicht einfach Trauerhalluzinationen sind. Denn bei Halluzinationen sieht man den Verstorbenen vielleicht höchstens kurz aufblitzen. Aber man sieht, man kann keine Kommunikation zustande bringen. Besonders erstaunlich sind auch die Fälle, bei denen jemand sich einer Gefahr nicht bewusst ist, dass es zum Beispiel im Haus brennt und dann kommt plötzlich der Verstorbene und weckt ihn auf und sagt, ja, es brennt im Haus, geht alle raus und dann als sie rausgehen aus dem Haus und fliehen, stellt sich heraus, dass es tatsächlich brennt. Oder was auch interessant ist, Informationsübertragung von Informationen, die man nicht wissen konnte. Wenn man zum Beispiel den Autoschlüssel, das hat zum Beispiel Evelin Elsässer zitiert, einen Fall aus ihrer Studie, jemand hat den Autoschlüssel des Vaters nicht finden können und hat ihn aber gesucht, wie nochmal was, hat ihn einfach nicht gefunden und dann hat er die Information von dem Vater bekommen, wo der Schlüssel ist und da war er dann auch. Oder wenn Verstorbene erscheinen und sagen, wo gewisse Gegenstände sich befinden, die gesucht werden und dort sind sie dann auch. Solche Fälle, da kann man nicht mehr von Halluzinationen sprechen. Und auch von Zufällen nicht. Und es ist so, dass es auch solche Fälle gibt, wie zum Beispiel, wenn jemand gerade Auto fährt und dann plötzlich die verstorbene Tochter neben einer Mutter sitzt. Das wird auch im Buch von Bernay-Jakobi Begegnungen mit dem Jenseits zum Phänomen der Nachttotkontakte zitiert. Und die Tochter sagt dann, bremst, denn sonst fährst du in einen Unfall rein. Und sie bremst und bremst und dann sieht sie vor sich, dass sie gerade noch rechtzeitig gebremst hat, weil da ein Unfall stattgefunden hat und sie wäre da voll reingefahren. Solche Dinge. Und jetzt, und es gibt auch Visionen, und jetzt möchte ich noch einen besonders eindrücklichen Fall schildern, den zitiere ich jetzt direkt, genauso wie er im Buch steht. Von Bernay-Jakobi, Begegnungen mit dem Jenseits. Kann ich nur empfehlen. Er schreibt auf Seite 169 zu multiplen Phänomenen. Genau, vorher muss ich noch sagen, es gibt auch telefonische und elektrische Kontakte, dass man zum Beispiel entweder medial, es gibt auch mediale Jenseitskontakte, aber es gibt eben auch solche Dinge, wenn das Telefon läutet und dann der Verstorbene sich meldet. Zum Beispiel auch, wenn das Telefon noch nicht einmal eingesteckt ist. Das gibt es. Wenn das Telefon nicht mehr funktioniert, kaputt ist oder vom Stromnetz getrennt ist und dann empfängt man trotzdem einen Anruf und da ist der Verstorbene dran. Solche Dinge gibt es auch. Oder dass sich der Verstorbene auf medialem Wege meldet durch eben diese instrumentelle Transkommunikation oder durch den Fernseher. Dazu werden wir aber auch noch kommen. Da gibt es auch noch ein Video von mir auf diesem Kanal. Jetzt zitiere ich Bernay-Jakobi, Seite 169, Multiple Phänomene in seinem Buch. Er schreibt, zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich aus der Sammlung von Bill und Judy Guggenheim, also zwei bekannten Nachtodkontakt-Forschern, die auch eine Studie durchgeführt haben zu dem Thema und im Zuge dieser Studie dann auch zahlreiche Fälle zusammengetragen haben. Noch einen Fall zitieren, der belegt, dass Verstorbene durchaus beschließen können, an ihrer eigenen Beerdigung teilzunehmen. Sie wollen möglicherweise erfahren, was die Trauernden empfinden oder was über sie gesagt wird. Vor seinem Tod war Onkel Frederik, jetzt wird jemand zitiert, vor seinem Tod war Onkel Frederik Bettlägerig wegen seines Emphysemes. Er war mein letzter, lebender, älterer Verwandter und wir standen uns sehr nahe. Eines Tages sprachen wir über seinen bevorstehenden Tod und ich sagte, warum bringst du es nicht einfach hinter dich? Deine Frau Adelaide wartet sicher schon auf dich. Er sagte, wirklich? Glaubst du das? Ich sagte, ja, der Tod ist wie eine Abschlussfeier an der Schule des Lebens. Nach seinem Tod ging ich zur Trauerfeier. Ich saß in der dritten Bank zusammen mit meinen Cousins. Während des Gottesdienstes sah ich zu, wie der Sarg vom Eingang der Kirche nach vorne gerollt wurde. Ungefähr drei Meter über dem Sarg sah ich Onkel Frederik. Er trug einen schwarzen Talar und ein Barrett. Er war froh und glücklich, geradezu ausgelassen. Er sah aus wie im Leben und schien von innen zu leuchten. Er nahm das Barrett ab, schwenkte es und sagte, du hast recht, du hast recht. Es ist genau so, wie du gesagt hast. Onkel Frederik war ganz der Alte. Er hüpfte auf und ab, wie er es in seinen jüngeren Jahren sicher getan hätte. Dann sagte er, weißt du, dass alle zurückkommen und bei ihrer eigenen Beerdigung zusehen können? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass es wirklich so ist. Tante Adelaide war rechts neben Onkel Frederik und die ganze Familie stand hinter ihm. Ich sah lauter Leute, die ich erkannte, meine Eltern, meine Großeltern und andere Verwandte aus beiden Zweigen meiner Familie. Sie waren nicht transparent, aber ich sah hauptsächlich die Gesichter. Es war wie ein Gruppenbild. Ich schlug die Hände vor das Gesicht, weil ich vor Freude lachen und weinen musste. Aber alle anderen glaubten, ich schluchzte vor Trauer. Meine Cousins sagten, oh Ruth Anne, es ist schon gut, es ist schon gut. Ich hätte gerne gesagt, ihr wisst überhaupt nicht, wie gut es ist. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das verstanden hätte. Also eine sehr eindrückliche Schilderung einer jungen Frau oder einer älteren Frau schon, einer jüngeren Frau, ich sage mal das, einer Frau, ich kenne das Alter nicht, die Ruth Anne heißt und die dann ihrer verstorbenen Verwandtschaft und Familie wieder begegnet. und der Onkel bestätigt quasi die Vermutungen der Tochter der Frau, was eben nach dem Tod passiert. Eben, dass es wie eine Abschlussfeier an der Schule des Lebens ist. Der Verstorbene erscheint ihr und sagt, ja, genau so ist es tatsächlich. Und ich habe auch meine Frau wieder gesehen. So, dann gibt es aber noch etwas, noch eine Kleinigkeit zu besprechen, denn mir ist aus sich diesem Fall eben gerade so Rezitierte noch etwas eingefallen. Nicht nur, dass Verstorbene in verschiedenen Art und Weisen erscheinen können, sondern dass sie auch Dinge bestätigen können, die man über den Verstorbenen vermutet hat oder die man über das Leben nach dem Tod vermutet hat. Da kenne ich zum Beispiel bei ERF Mensch Gott einen Moslem, der hat erzählt, als er nicht wusste oder als seine Familie nicht wusste, ja, soll ich jetzt zu Jesus gehen oder nicht, erschien jemandem die Verstorbene Großmutter im Traum und sagte, ja, folge Jesus nach. Also da wird beispielsweise das Christentum noch Posthum bestätigt und lauter solche Dinge und auch Verstorbene, die erscheinen und in der Erscheinung dann Dinge wiedergeben konnten, wie es die Nahtoderfahrerinnen können, die eben nach dem Tod der Verstorbenen passiert sind und die sie allerdings zu beobachten pflegten oder die sie offensichtlich beobachten konnten, denn ansonsten hätten sie dies in der Erscheinung gar nicht wissen können. Solche Dinge eben und das bestätigt dann eben, dass es diese außersinnliche, außerkörbliche Wahrnehmung, die bei Nahtoderfahrungen erlebt wird, eben auch nach dem Tod gibt. Genau. Und das wollte ich noch kurz anmerken. Es gibt wirklich eine wahnsinnige Bandbreite von erstaunlichen Phänomenen. Es gibt auch, wenn zum Beispiel am Spiegel irgendwelche Schriften erscheinen, das gibt es auch. Es gibt quasi in dieser Thematik nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch Erscheinungen von verstorbenen Tieren, hauptsächlich Katzen und Hunde sind da gemeint oder auch, dass Tiere die Gegenwart von Verstorbenen fühlen können oder auch, dass Zeugen, mehrere Zeugen gleichzeitig diese Erscheinung eben sehen und auch, dass Verstorbene bei der Lebensberatung helfen oder eben auch irgendwelche Suizide verhindern oder diese Menschen eben retten vor irgendwelchen Schicksalsschlägen. Also in dieser Thematik gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und dann wollte ich noch anmerken, es gibt auch diese Fälle, bei denen eine, da gab es zum Beispiel auch in diesem Buch eine Mutter, die hat einen, die hat einen schwer verkrüppelten, also schwerbehinderten Sohn und nach dem Tod sah sie ihn wieder, nach dem, nach seinem Tod ist er ihr erschienen in einer Erscheinung, in einer Vision und da hat sie ihn gesehen, er war nicht mehr verkrüppelt und er konnte sich frei bewegen und er war sehr, sehr glücklich. Und das kann man dann wieder in Relation setzen zu der biblischen Aussage, dass eben Lahme gehen können und Blinde sehen können und sowas und dass eben an den Behinderten noch große Werke getan werden sollen, wie Jesus ja antwortet, als jemand fragt, ja, was hat der verbrochen, dass er so behindert sein muss? Das hat Jesus selbst beantwortet und das wird selbst da wieder nochmal bestätigt. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das sind wirklich wunderschöne Berichte. Ich habe es selbst einmal erlebt. Wer möchte, dass ich meine eigenen Erfahrungen teile oder beziehungsweise die, die in unserer Familie kursieren, dann kann ich das sehr gerne tun. Dann erzähle ich mehr über meine Familie und über die Erlebnisse und wie die dazu stehen alle, aber nur, wenn der Wunsch da ist. Ansonsten möchte ich mich jetzt herzlich verabschieden für eure Aufmerksamkeit danken, wer so lange drangeblieben ist und euch alles Gute wünschen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören und ich sage, auf Wiederhören und tschüss. Auf Wiederhören. Das war's. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.